Das Buch des Propheten Obadja Kapitel 1 Vision Obadjas Von Jahwe haben wir eine Botschaft gehört, und ein Bote wurde zu den Völkern geschickt. Los, auf zum Kampf gegen Edom! So spricht Jahwe, der Herr über Edom. Pass auf, ich mache dich klein vor den Völkern. Man verachtet dich tief. Dein Übermut hat dich getäuscht, weil du in den Felsklüften wohnst, deinen Sitz auf hohen Bergen hast und im Innersten denkst, wer stürzt mich schon zu Boden? Auch, wenn du dein Nest so hoch baust wie der Adler, ja, wenn du es zwischen die Sterne setzt, selbst von dort stürze ich dich hinab, spricht Jahwe. Wenn Diebe und Räuber nachts über dich kämen, ach, wie hat man dich zerstört! Dann nehmen sie nur für ihren Bedarf. Wenn Winzer über dich kämen, würden sie einen Nachlese lassen. Wie hat man Esau durchsucht, wie seine Verstecke durchwühlt! Bis an die Grenze haben sie dich getrieben, die mit dir in einem Bund standen. Betrogen, überwältigt haben dich die, mit denen du im Frieden warst. Einst aßen sie dein Brot, jetzt legen sie dir eine Schlinge und denken, er merkt es doch nicht. Ja, an jenem Tag spricht Jahwe, lass ich die Weisen aus Edom verschwinden und aus Esaus Bergen die Einsicht. Da packt deine Helden der Schrecken, Teman, dass keiner im Gebirge Esaus mit dem Leben davonkommt. Wegen des Mordes, der Gewalt an Jakob, deinem Bruder, deswegen bedeckt dich die Schande, deshalb wirst du für immer beseitigt. Als Fremde sein Heer in die Gefangenschaft führten, als Ausländer durch seine Tore zogen und das Los über Jerusalem warfen, warst auch du wie einer von ihnen, denn du standest an dem Tag dabei. Nun weide dich nicht am Tag deines Bruders an seinem Missgeschick. Freu dich nicht über die Judäer am Tag ihrer Vernichtung. Reiß dein Maul nicht auf am Tag der Not. Tritt nicht ein ins Tor meines Volkes am Tag seines Verderbens. Sieh nicht auf sein Unheil herab am Tag seines Verderbens und vergreif dich nicht an seinem Vermögen am Tag seines Verderbens. Stell dich nicht am Engpass auf, um seine Flüchtlinge niederzumachen und liefere seine Überlebenden und liefere seine Überlebenden nicht aus am Tag der Not. Denn der Tag Jahwes ist nah, der alle Völker trifft. Dann wird man dir tun, wie du es getan hast. Dein Tun fällt auf dich selbst zurück. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem Heiligen Berg, werden alle Nationen ohne Unterlaß trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein, als wären sie nie gewesen. Doch auf dem Zionsberg wird Rettung sein. Er ist ein heiliger Ort. Und die Nachkommen Jakobs erben ihre Besitztümer neu. Dann werden die Nachkommen Jakobs wie ein Feuer sein und die Nachkommen Josefs wie eine Flamme. Doch die Nachkommen Esaus werden das Stoppelfeld sein. Es wird vom Brand erfasst und verzehrt. Dem Haus Esau wird kein Überlebender bleiben. Denn Jahwe hat gesprochen. Dann werden sie den Negev besitzen und das Bergland von Esau, die Shefela und das Gebiet der Philister, auch die Gebiete Ephraims und Samarias. Benjamin wird Gilead besitzen. Die Verwandten dieses Heeres der Israeliten nehmen in Besitz, was den Kananitern gehört, bis Zarpath und die Verwandten Jerusalems, die in Sepharat sind, die Städte des Negev. Retter ersteigen den Berg Zion um das Berg